Hat gar Käse. Jetzt kommt voller Halbzeit. Die sind heute alle echt übelstfertig, die Ausländer. Weiß nicht. Auf jeden Fall, auch vorhin, der Babayan, der saß in der Ecke, ist fast eingepennt im Sitzen. Passt schon. Passt schon. Lass ihn doch rumlaufen. Irgendwann hat er sich kaputt gelaufen. Ist viel zu klein, er kommt gar nicht. Und, wie geht's dir so? Ja. Entschuldigung, dass ich den Schauspiel auf einmal verabschiede. Hier. Jawab, ist auch hier. Vielen Dank. Jungen, die Stadt. In der 0,6-7, 5.0. 4.9, 5.0. In der 0,6-3, 5.0. Thadang, 5.0. Vielen Dank.